Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon... äh, ich wollte schon Emeralds sagen. Black Randomizer Challenge. In der letzten Folge haben wir bissel gegen die katholische Kirche gekämpft, die natürlich ganz normale Pokémon hatten und dabei ein Pokémon gerettet. Und uns ein Knuffenser gefangen. Yay. Hey. Günther, danke, ihr habt ihr Pokémon zurückbekommen. Danke, Mister. Hier, nimm das. Wow. Heilbälle. Braucht keiner, juckt aber nicht. Das sind Heilbälle. Sie heilen gefangene Pokémon auf der Stelle. Tschö. Ich habe das Gefühl, die Parfumz ist wieder ein bisschen lower. Seit ich gestern mal wieder Team Himmel gespielt habe. Ich weiß nicht, warum. Äh, brauche ich ein... Obwohl, nee, was labere ich mit? Brauche ich ein Heal? Wenn ja, dann Tränke raus, Leute. Das Ziel ist, Knuffenser so schnell wie möglich zu entwickeln. Hier, hier, Marihuana. Das ist das Nummer 1 Ziel. Ich verpenne nicht nochmal meine eigene Challenge. Zurückrennen zum Pokémon Center gibt's hier nicht. Immer noch selbe Route. Komm. Marihuana braucht Erfahrung. Zeig mir, dass du das Ding irgendwie gebacken kriegst. Ich hab keinen Bock noch, Kackviech oder Dünger reinzuschicken. Ja, die Performance ist heute definitiv wieder ein bisschen lower. Sag mal, ist irgendwie der Frameskip... Frameskip... Nee, immer noch normal. Der Analyst Thomas. Mit seinem Gas. Boah, Alter, das nervt grad echt ein bisschen. Also, Marihuana ist 3 Level drunter und die Werte sind nun mal deutlich schlechter. Wir reden hier gerade von Knuffenser. Wenn ich... Oh, also im Notfall kann ich auf jeden Fall sehr gut auf Kackviech wechseln. Das Ding hat Solarstrahl. What the fuck? Das ist dieses Moveset. Oh nein, es macht auf Unehre. Aber im Viereck. Ja, natürlich Special Attack. Was sonst? Weil ich speziell angreife. Lass mich raten. Ich treff mich selber. Jetzt so overleveled Kackviech zwar nochmal. Ich würde halt gern Ikea benutzen, aber ich hab einfach nicht die Items. Da merkt man schon, was bei meiner Challenge das Problem ist. Shadow Force, willst du mich verarschne? Das ist fucking Giratina, das Viech. Mann, und ich kann jetzt auch nicht einfach auf Solarblieben gehen. Der braucht ja keine Runde zum Aufladen wegen dem Licht. So, wird jetzt nicht gerade ultra viel drücken. Wird jetzt nicht einmal mehr drücken. Ich hab's schon fett raus, ne? Also, komm. Hau raus mit der seltsamen Animation und den seltsamen Geräuschen. Ja, klar! Sicher ist das nicht sehr effektiv. Aber ich lebe. Wenn Kackviech jetzt noch raus ist, wird's belastend. Das Sonnenlicht scheint noch. Das heißt, ich krieg noch ein Solarbeam raus. Und damit ist das Smog-Mog dann auch weg. Oh Gott, kein guter Beginn für die Folge. Digga, dieser Sound vor allem so richtig ekelhaft nur auf einer Seite vom Headset ist dieser Sound, ne? So richtig ekelhaft nur auf der rechten Seite vom Headset. Allgemein, fast alles ist nur auf der rechten Seite vom Headset. Aber die linke funktioniert. Ja, Marihuana kriegt fett Erfahrung. Okay. Noch ein Level-Filler. Ja. Noch eins? Schade. Ah, ich hab halt nicht viele Atems. Ich weiß nicht, wie lang diese Route ist. Ey, nein. Du willst nicht kämpfen, du Heslon. Also, wenn er kämpfen will, sind wir gleich wieder im Pokémon Center. Gewinnen würden wir das nämlich nicht. Oh, das wär auch ein cooler Encounter. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich mein, hier auf der Route hab ich meinen Ikea gefangen. Los, Marihuana. Schlag ihm die Fresse ein. Aber heftig. Hat das Spiel gedacht, das wär ein Encounter, den ich fangen will? Oder warum war es der? So. Level 21 entwickelt sich, Marihuana. Vielleicht schaffen wir das nächste Folge. Ich nehm jetzt zwei in Folge auf. Das heißt, für mich wär's heute. Wow. Mann, bin ich begeistert. Fadenschuss. Du willst nicht kämpfen. Vor allem haben wir nicht erst vor zwei Minuten gegen den gekämpft. Halt, Günther. Das dunkle, hohe Gras da drüben. Ah, da kann man zwei wilde Pokémon auf einmal Encountern. Also musst du vorsichtiger sein. Ja, ich wollte schon sagen, wir haben auf der Route doch erst gegen den gekämpft. Gegen den Typen. Bevor wir Ikea gefangen haben. Hier können eben die wilden Pokémon gleich... Warum drehst du dich nur um? Gleich im Doppelpack spawnen. In dem Gras. Kann ich aber jetzt nicht brauchen. Ich hab ja auch einen kleinen Encounter oder sowas. Ein Pokémon muss man dann erst mal besiegen. Um das andere fangen zu können bei sowas. Okay, ein Pokémon. Analyst Webster finde ich gut. Doch nicht! Finde ich nicht gut! Schiebung! Was ist denn das? Was ist diese Challenge? Die können doch nicht alle so ausrasten! Wo bin ich denn hier? What the fuck, Alter? Was habt ihr denn für Probleme? Da kommt wieder Reggie Gigas und sagt Moin Moin Motherfuckers! Ja komm, One-Hit am besten, ne? Oh Gott! Kein One-Hit! Porsche Cayman S! Nur eine Frage. Wirkt der doch, wenn ich jetzt auswechsel? Wenn nein, bin ich deprimiert. Weil ich will, dass der die Erfahrung bekommt, der Marihuana. Und wenn Dünger das nicht geschissen kriegt, bin ich so tot! Digga, warum immer Reggie Gigas? Das ist das schlimmste Pokémon für diese Challenge. Einfach, weil die Fähigkeiten gerandomized sind. Und Reggie Gigas somit seinen einen Nachteil, den es hat, nicht mehr hat. Wahrscheinlich auch wieder 85 Damage, ne? 10! Ja, wow! Gut, dass das so stark ist! Wow! Der Soundeffekt ist jetzt nur auf der linken Seite vom Headset. Wunder angehen. Ach komm, kannst mich doch mal im Viereck... Ja, nächster Bug-Bite-Irnd, ich bin tot! Mach bitte wenigstens irgendwas! Okay, geht! Ich könnte diesen Kampf, wenn's gut läuft, vielleicht gewinnen. Ah, das macht zu wenig! Ja, das reicht! Dünger ist raus! Aber kackfisch wird Reggie Gigas outspeeden! Ey, wenn vor der nächsten Stadt noch irgendein Trader kommt, bin ich aber mal ganz raus! Sklave darf ich ja nicht mal benutzen! Kackfisch, du outspeedest ihn doch! Jedenfalls wäre ich von allem anderen höchst enttäuscht! Du musst ihn mit einem Hit wegbekommen! Warum kommt dieser Trainer auch einfach wieder mit seinem Reggie Gigas um die Ecke? Wenn ich mal eine Randomizer-Naslog spiele... Ufff... Mit solchen Einstellungen... Also nicht mit ganz solchen... Ich würde dann nicht alles komplett randomisen. Aber wirklich so eine Randomizer, anders als die Emerald-Randomizer, in der dann auch regelmäßig Legis kommen! Marihuana kriegt 800, jawohl! Level 14. Für 15 reicht's auch, ne? Genau. 16? Was bringt das? Was ist Constrict? Dragon-Type? Willst du mich verarschen? Stärke 10? Und es ist trotzdem besser als Stringshot! Stärke 10, Alter! Gute Attacke! Dragon-Titan-Move! Ja, ich hab Satan besiegt! What the fuck ist los mit dir? Die Schulkinder heutzutage sind etwas stärkere Trainer als früher! Aber nur ein bisschen! Ich hab nur noch... Alter, ich hab noch weniger Highlight-Ens, als ich dachte! Ein Highlight-Ens muss ich aber benutzen! Weil ich kann jetzt... Äh, wetten jetzt kommt kein Trainer mehr! Darauf hätte ich vielleicht mal warten sollen, ob noch ein Trainer kommt! Und... Achtung! Oh, erst mal das Item! Ein Top-Schutz! Komm, wildes Pokémon braucht mich jetzt nicht zu nerven! Ja! So ein Viech! Scotland, Motherfuckers, Galar-FTV! Wahrscheinlich gibt's das Ding nicht mal in Galar! Jetzt ist natürlich die Frage, ob's sich für die Erfahrung lohnt! Da es eigentlich, wenn's nicht grad ein Flying-Type ist, ziemlich schnell raus sein müsste! Ah, ein Hit-Tank! Aber das bringt ihm gar nichts! Es ist so, wie so tot! Was? Wieso bist du auf einmal schneller? Und explodierst! Kann sein, dass ich jetzt nicht mal Erfahrung krieg! Du willst mich schon hart verarschen, ne? Und mein fucking Freshwater ist schon wieder ganz tief im Gesäß drinnen! Das Fuck-Viech kommt einfach mit Explosion! Bewegt dich! Oh, da ist ja noch einer! Was ist ein Relic-Band? Das ist ne Rock-Band! Was zur Hölle war das für'n Scheiß-Joke, Alter! Guter alter Ice-Type-Cut! Ich hab' noch ein paar Auren-Berries, falls's nötig! Wow! Obwohl, Geld kann ich gebrauchen! Lieber ein oder zwei wilde Pokémon als der Junge da vorne! Ich kann echt keine Trainer mit meinem derzeitigen Zustand gebrauchen! Ich muss zum nächsten Pokémon-Center! Raus mit die Fischer! Ja! Komm, hier ist die Stadt! Hier ist nicht noch ne Route hinter! Dann wär' ich aber ganz salty! Jawoll! Wir sind in der nächsten Stadt! Du kämpfst nicht! Äh, komm mit! Alles klar! Ins Pokémon-Center hoffe ich! Geht's hier zum Pokémon-Center? Da ist das Pokémon-Center! Ja, wenn du hier grad ausgehst, gibt's ein Pokémon-Center! Und hier! Er hat mich halt echt zum Pokémon-Center gebracht! Ja, weckt auf! Oh, und übrigens! Hier gibt's ne Normal-Arena! Also normalerweise! Äh, falls ihr den Witz nicht versteht! Normal-Arena! Normal-erweise! Lustig! Ich bin schon lost! Äh, jetzt mal ernst! Wer auch immer da grad vorm Bildschirm sitzt! Warum guckst du dir so eine Scheiße an? Hast du nichts in deinem Leben zu tun? Hier, wenn ein YouTuber selbst hinterfragt, warum Leute seine Videos gucken! Übrigens spule ich grade nicht vor! Deswegen dauert's so lange! Weil ich nebenbei mein Handy anschließ' Professionalität! Boah, und weil grad allgemein die Performance, alter, die ist ganz Lord-Ecke-Niveau! Alter, Lord-Ecke! Geh aus meinem Spiel raus! Ey, jetzt eskaliert's grad komplett! Was hab ich denn getan? Kann man das, äh, Band überall verkaufen oder bringt das nur Er kann es nicht kaufen! Pfff! Nö! Der hat halt echt gar nichts! Ich hoffe, ich hab' ein bisschen Kohle da! Ja, ich will was mitnehmen! Ich brauch' nämlich... Ja, ich hab' ja gar nichts! Ich kann mir vier holen! Jawohl! Wenn die Arena irgendwie... Alter, ich brauch' mehr Geld! Und ich hoffe, das Pokémon Center zieht grad' nur irgendwie die Performance runter und ich weiß nicht warum! Raus hier! Er erscheint so! Das hier ist die Arena! Oh, wen haben wir denn da? Den Messias! Ich will Dinge sehen, die kein anderer sehen kann! Die Ideale der Pokémon innerhalb der Pokéwelle! Die Wahrheit darüber, wie Trainer sein sollten! Und eine Zukunft, in der Pokémon perfekt geworden sind! Fühlst du dasselbe? Nee! Ich hab' mehr von dir erwartet! Jetzt... Schenk mir Aufmerksamkeit! Meine Freunde und ich werden testen, ob du diese Zukunft auch sehen kannst! Der Messias will ne Revanche! Alter, sorry für die Performance! Ich weiß nicht, was auf einmal los ist! Nochmal neue Aufnahme gestartet! In der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen was bringt! Siegt nicht unbedingt so! Starmie! So! Trash! Hier, Trash ist die beste Attacke! Alles klar! Moin, Zekrom! Wäre schön, wenn die Attacke bei ihrem Typen bleiben würde! Ähm... Marihuana ist tot! Doch nicht! Marihuana ist der wahre Messias! Gib dir das Messias N! Dieses... Stück Drogen... ...ist besser als du! Und nachdem es sich entwickelt, wird's hoffentlich auch sinnvoll, Alter! Sing! Gönn dir heftig, mein Junge! Mein Sohn! Jetzt kann er auch noch singen! Gartor! Switchen ist, denke ich, besser! Außerdem ist Ikea low-leveled! Komm, Ikea! Du kriegst ja wohl ein normales Pokémon hin! Ich meine... Du bist der Gott von Raum und Einrichtung! Was ist eigentlich... Was labere ich in dem Projekt für Scheiße? Wir kämpfen gerade... ...auf unserer Seite mit dem Gott von Raum und Einrichtung... ...gegen den Messias... ...der für Jesus und die katholische Kirche arbeitet! Ja, wir spielen Pokémon! Ihr seid nicht falsch! Also ich glaube, wenn jemand nicht das Bild sehen würde, sondern nur die Audio hören... ...nie im Leben würde irgendwer drauf... Oh Gott, ist das wenig! Oh nein, das Ding ist auch Trash! Ja, das Ding ist effektiver Trash! Was hat ein... Was für ein Typen hat ein Palkia nochmal? Only Ice... ...ist Trash nicht... ...dann ist es Gestein... ...und nicht Boden! Ich brauche wieder... ...den krassesten in der Hood! Wer anders kann das nicht schaffen? Ich meine, ich wusste ja, dass es Boden- oder Gesteintyp ist, weil ich es selber habe! Ich habe mir nur die Farbe gemerkt und nicht den Typen an sich! Ich schlaue Persönlichkeit! Fire... äh... ...Eispunch! Jetzt habe ich mich selbst mit dem Typen verwirrt! Ist nicht sehr effektiv, aber Döner trotzdem bei Kackfiech einfach... Ja! Äh, die Feuerattacke hat's eingefroren! Und es ist wieder aufgetaut! Und es ist verwirrt! Und es schlägt sich selber auf die Schnauze! Finish it, Malafuga! Komm, der Messias hat nur noch ein Pokémon! Seine Revanche wird ihm nicht gelingen! Ich bleibe der einzig wahre! Das ist das Level, das Knuffenser erreichen soll! Danach wird nur sein Nickname wahrscheinlich ein bisschen problematisch! Jawoll, Ikea kriegt ein Level ab! Pfff! Wow! Ich trau dir das zu, Mariona! Du bist deutlich höher gelevelt! Jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass das Ding maximal auf 14 ist! Ich sage, es ist auf 14! Wenn ich recht habe, bin ich gleich der doppelte Messias! Was? 13 zählt auch! Mit einer besseren Ausrede als Ziel! Was? Das Ding outspeedet und bumms! Ne, Aurasphäre! Raus! Allein schon, wie outspeedet es! Ja! Wahrscheinlich! Das halte ich in der Tat für eine realistische Maßnahme! Das Gute ist, ich darf nach dem Kampf einfach zum Pokémon Center rennen! Ich bin ja in der Stadt! Digger, wie schnell ist denn das? Digger, wie schnell ist denn das? Digger, wie schnell ist denn das? Du kannst doch nicht alles outspeed online! Digger, jetzt nervt mich nichts! Ach so, diesmal war einfach nur, weil Detektor eine Prio-Attacke ist! Ja, es ist tot! Danke, Jesus Christus im Himmel am Boden! Ne, irgendwie doch nicht! Ich meine, der Typ ist ja katholische Kirche Nr. 1! Ich kann die Zukunft noch nicht sehen! Die Welt ist immer noch zu entschlossen! Ja, gib mir dein Geld! Gib mir dein Geld! Ja, Alge, Alge! Ich bin irgendwie ein bisschen auf Crack, aber... Jetzt sind meine Freunde nicht stark genug, alle Pokémon zu retten! Vielleicht kann ich nicht die... Was auch immer Aquatition heißt, die die Welt ändern wird! Also brauche ich Kraft! Genug Kraft, damit jeder mit mir zustimmt! Ich bleibe der Messias! Ich brauche die Macht Zagroms! Jesus Christus! Es ist der Jesus unter den Pokémon! Das legendäre Pokémon! Das zusammen mit dem Helden diese Region kreiert hat! Es ist mein... Es ist mein zu... Dieser Held zu werden! Der Messias ist auf Crack, Leute! Ist wohl doch eher Mafia-Boss! Okay, nochmal... In der nächsten Folge geht's dann in die nächste Arena und gibt vermutlich die Entwicklung meines kleinen süßen Stängelchen! Was ist mit mir? Es wird nicht weniger becrackt, weil ich das jetzt direkt danach aufnehme! Wir sehen uns! Bis dann! Und tschau! Abonnieren! Like da! Lass'n Döner essen! Die-Erlein! Die-Erlein! Die-Erlein!